ja versuch ist tyrell ja er hat es geschafft okay nach hause verdammt wird ein stall bauen sollen wir sind so idioten hier gibt es genug lives wir können hier richtig lachlos machen zur seite und die anbinden an freien oder wir bleiben einfach das ist ein wixer look at this there is a wixer freestyle tötet gerade schleims wir können jetzt unsere pferde anleinen und wie wie löse ich diese verleinung beziehungsweise mache ich die dran und so weiter wie löst man die und wie macht man die ich bin der größte so gut man auch gar nicht ich bin oben man wird überall hängen ich komme nicht klar hier sollte ich um ein bisschen besser höher Sollen wir ins Haus kommen? Ne, wir machen einfach hier draußen, äh, kann jemand den Tauk raffen? Ich klaffte gerade. Nein, das Pferd ist hinunter gefallen. Ich glaube, es hat sich verletzt. Und irgendwie geht das gerade aus die ganze Zeit. Mit weißen kann man Pferde heilen. Wir freuen auf jeden Fall Spinnennetze jetzt. Ich brauche, äh, Weile, für das zu machen. Es wird dunkel. Greifen die Mobs eigentlich auch Pferde an? Äh, glaub nicht, ne. Du glaubst es. Jo. yeah, yeah, yeah. idayolar,ay. What geht, jajaja, jajaja... Ja, es geht ARIEL. Was geht ARIEL? Ariel, das schmunzeln-Monster. Das ist ja ein sehr interessanter Berg, Tyrell. Schau mal da vorne. Dieser Knubbel. Du gehst Seile farmen. So, da kann ich das Pferd jetzt schon dran machen. Ach nee, nee, dafür farben wir mal die Seile. Also ich muss das machen für die Zufre. Oh no. Ich kann mir aber jemand helfen, wenn er will. Einfach ne Graben. Also das Pferd haut jetzt nicht ab, ne, wenn ich jetzt kurz absteige. Das kann abhauen. So. Oh. Aber stecken wir jetzt aus. Also graben. Nee, am besten in den Graben machen und dann... Das ist natürlich eine gute Idee. Und dann geht ein Creeper rein. Boom. Headshot. Oder es läuft beide oder so. Ich will einfach ne Arsch in den Rücken. Ich habe... In dem hier Eingang ist unten, ne? Glaube ich. Voll unten vom Berg ist der Eingang nach oben. Kann sein. Mein Gott. Das sind aber keine zumutbaren Bedingungen, die wir hier geschaffen haben für unsere Pferde. Guck, wie das aussieht. Wenn das Greenpeace sieht, Alter, dann wird das Let's Play direkt gesperrt auf YouTube. Ich hab nochmal... Ich hab nochmal... Ich hab nochmal... Ich hab nochmal... Warum leckst du mir manchmal? Ich glaub der PC ist zu schwach. Könnte sein? Oh, oh, ein Creeper. Oh, rein, rein, rein. Rein. Auf keinen Fall die Pferde. Alter, der ja. Tötet den Creeper. Schwarzpulver, wichtig. Riskiert euer Leben für einen Gramm Schwarzpulver. Nein! Oh Gott. Lehm die Pferde noch. Ja. Oh, komm mal rein. Schnell. Brrrrrrrr. Oder? Nein, doch nicht. Leck doch nicht. Ich glaube, ich lecke gerade. Ich suche mir hier einen Telfen, die Spinnen zu finden. Ich finde keine Spinnen. Ich... Freestyle, hast du schon ein Diamantschwert? Ein Kollege will... Die Diamantschwert braucht kein Diamantschwert. Warum nicht? Warum nicht? Äh, wir machen einen Diamantschwert. Hä, für was, für was? Diamant macht... Macht nicht mehr Damage. Ah, wir brauchen auf jeden Fall Eisen. Wallen, gehst du bitte in der Eisen fahren. Das ist wichtig. Warte mal, warte mal. Warum kein Diamantschwert? Deswegen bin ich hauptsächlich... Wir brauchen auf jeden Fall Eisen. 15 Eisen an, was ich... Ja, kannst du mir das nicht kurz erklären, warum? Wir brauchen Eis gleich wie ein Amboss und dann bin ich Eisenschwerter. Jetzt erklären wir mal ganz kurz, warum die Diamantschwerter scheiße sind. Das dauert zu lang, Wallen. Hä? Das dauert zu lang, Schwerter zu craften. Das dauert zu lang, was zu erklären. Wie, es dauert zu lang? Aber Diamant ist doch hochwertiger als Eisen. Sag halt ganz kurz, ein Grund. Wichtig. Tyrell, verstehst du das? Ich bin nicht mehr Schwerter wie dir. Hast du genug Level? Ich bin Level 6. Reicht das, um ein Eisenschwert stärker als Dier zu machen? Nee, gar nicht. Dann hol lieber ein Dier-Schwert. Ich hab nicht eins zu machen. Sag ich das. Ich mach das. Ich kann das machen. Ja, gut, okay. Ich hab doch gesagt, wir stellen nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Eisen. Wir brauchen Eisen. Was bist du für ein Level, Tyrell? Ei. Ja, da musst du dir auch ein Dier-Schwert machen. Komm, ich mach dir auch gleich eins. Ich mach ein Dier-Schwerter und ich mach das mit Eisen. Pass auf, ne? Und in der Nacht da draußen. Nicht, dass du da kein Rüstung und alles auf Level 1 verzaubern, oder? Ich denk's mal, das ist ja nicht mehr wichtig. Das sollte möglich sein, ja. Ich hab mal kurz, also das Altes Diamant Schwerter, weil cool, wenn man das irgendwie fair ist, hätte ich, hätte ich, hätte ich. Ich hab ja zweimal eins und einmal eine achte Verzauberung. Wenn ich jetzt noch zwei Levels schaffe, irgendwie, dann könnte ich die achte Verzauberung auf mein Dier-Schwert. Ne, hab ich eine einfach Verzauberung. Okay, okay. Weil du musst Levels sparen. Ich hab jetzt Sharpness 1. Was bringt das? Das ist doch scheiße, oder? Sharpness. Perfekt. Wieso, was bringt Sharpness? Das macht mehr Schaden. Ach, Sharpness, stimmt. Mehr Schaden. Krass. Jetzt hab ich dir mal ein Schwert. Ich mach jetzt erstmal meine Rüstung. Brustpanzer, zack. Soll ich die 1 oder die 2 Verzauberung auf den Brustpanzer draufhauen? 1. Und weil immer die 1, die am tiefchen ist. Die 1, die am tiefchen ist, ist meistens... Protection 1. Jawohl, perfekt. Jetzt hab ich eine 1 und eine 4 bei der Kopfrüstung. 1 ist oben. Also 1. Dann mach nochmal neu. Die 1 muss unten sind. Dann ist meistens... ...ding. Jetzt hab ich 2, 2, 4. Ich mach neu. 1, 1, 7. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Wenn es da Mitte ist, kann ich den Arsch probieren. 1, 6, 2. 1, 3, 5. Ich bin die Video-Version. Ah, ich hab nie die... Ah, jetzt hab ich ganz unten 1 bei Kopfrüstung. Also nehme ich die Protection 1. Hose. Wie hast du das rausgefunden? Was? Wie hast du das rausgefunden? Bei Hose habe ich jetzt Unbreaking 1. Das ist ehrlich zu gut. Jetzt hab ich wieder Protection 1. Okay. Rüstung. Also Ausrüstung ist komplett. Zauber. Wir brauchen noch ein bisschen Eisen. Jeder hat jemand holt. One do gate. Okay. Ich hab eigentlich meine Levels fast komplett... Tyrell will zusammen machen. Deine Rüstung verzaubern. Komm mal dahinten, das Verzauberungstisch. Da kannst du auch... Ich hab hier in die Truhe ein Diamantschwert reingelegt. Schon mal kurz hier. Das kannst du... Würde ich als erstes verzaubern. So, was? Ein... Da ist irgendwo ein Diamantschwert drin. Ein Diamantschwert. Ja, hab ich. Genau. Wenn du jetzt da auf den Tisch drauf gehst, kannst du das in das Feld reinziehen und dann dir eine Verzauberung aussuchen. Eine Level 1-Sat-Verzauberung. Pixel ist, äh... Ich weiß nicht, lese. Ja, man kann's nicht lesen. Aber da stehen halt Zahlen. 1, 3, 5 oder so. Ja. Was ist drauf auf dem Schwert? 1. Ne, ich mein, da statt... Wenn du mit dem Cursor drauf gehst, dann steht da... Sharpness 1. Sharpness 1. Gut, okay. Perfekt, das hab ich auch. Okay. Das heißt, dein Messer ist schärfer. Das hab ich gerade von Freestyle gelernt. Okay, also Freestyle will, wir hätten gerne reisen. Erlebe, ich guck mal kurz, was unsere Pferde machen. Die sind immer noch im Loch. Oh, jetzt sind da schon drei drin. Guck mal. Wo? Hör, ich war hinter dir. Kühl, schnell schnell weg, 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 weg. Oh mein Gott! Alter, war das knapp. Oh mein Gott, ey. Fast alle drei Pferde tot und ich auch. Oh mein Gott. Ja, das bestätigt jedes Mal meine Rede. Wenn's dunkel ist, soll mal rein. Jetzt weiß ich, was meine Eltern immer gemeint haben. Das sind die ganz alleine. Die Straßenbeleuchtung an ist, dann nach Hause. Schlafen gehen. I'm about to go, ham. Hard as a motherfucker, let these niggas know. Waaah. Ey, was wollen die? Was schreibt Psycho? Boah. Wollen die verlängern? Oh, nee. Die wollen verlängern. Ich dachte die ganze Zeit, nee. Nee, 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 nicht verlängern. Nur, weil die nur nichts haben. Ausrüstung, aber im Moment sie mir dann ein Vorteil. Das haben wir letztes Mal genutzt, wie ihr immer gezeigt braucht habt. Ja, genau, nee, nee, keine Verlängerung. Das heißt, wir müssen auf Angriff gehen, weil die haben keine gescheite Ausrüstung, wenn die verlängern wollen. Hihihihi. Ja. Ich werde schon mal den Champagner öffnen. I'm about to go, ham. Hard as a motherfucker, let these niggas know. Waaah. I'm boah. Hard as a motherfucker, let these niggas know. Waaah. Bum, bum, bum. Okay, ich werde mal eine Höhle aufsuchen. Und... Oh, das ist bei dir, Tyrell. Komm, Tyrell, wir gehen in eine Höhle. Und werden Abenteuer erleben. Keine Ahnung, ist hier irgendwo in der Nähe schon was Offenes? Ich würde mich gerne ein Abenteuer erleben. Oh, ich dachte, es greift irgendwas an von hinten. Ja, mein, nein. Dann hätte ich andere... But go, ham. Hard as a motherfucker, let these niggas know who I am. Guck mal, hier unten ist ein bisschen... Ah, guck mal, hier. Der Lava. Mr. Lava. Mr. Lava. Nicht schlecht aus. Das brauche ich einfach mal wegen der EP ab. Die Scheiße hier. Wolle macht dir. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Wieso haben wir ja schon Eisen? Sei doch nicht so streng. Das ist doch nur ein Spiel. Spüle nicht mit Pril. Das ist nur ein Spiel. Ich will nicht verbrennen. Wir haben mal eine fette Höhle gefunden. I'm about to go. Oh, fuck, sorry, sorry, warte mal. Fackeln links. Ich hab's jetzt immer links, jetzt immer links, wenn du, wenn du, je tiefer in die Höhle kommst, immer links. Ja, 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 ich hab' hier rumgelangt. Hältst er sich aber dran. I'm about to go ham. Ja, der hält sich nicht dran, ne? Das ist irgendwie kein Mensch. Ja, halt sich an was. Aber wir halten uns dran. Weil wir cool sind. Ja, aber durch meine Hyperintelligenz werden wir sowieso hochgewinnen, also macht euch das. Genau. Tyrell ist ein bisschen schlau. I'm about to go ham. Wenn wir verlieren, dann ist man noch eine Galaktis. No way. Pow, pow, pow. Noch mehr Eisen. Freestyle wird sich freuen, wie viel Eisen wir für ihn erglattern konnten. Jawohl. Wir werden das Eisen schmieden in Form eines Blumenstraußes und ihn dann überreichen. Wir haben die mehr Zeit, wir müssen langsam auf unsere Gebete. Wir müssen langsam anfangen, uns den Popo zu kraulen, weil wir sowieso gewinnen. I'm about to go ham. Ich glaub, die wollen doch nur vorteilchen. Vielleicht kann die auch nur vorgeträcht. Oh, was denn das hier? Die haben nicht vorgetäuscht. Das traue ich denen doch nicht zu, wech. Also wollen wir uns jetzt erklären, wie das mir nicht wäre dagegen, wie ich es gemeint habe. Ja, versuchen wir, diese hochkompetizierte Erklärung wiederzugeben. Und ich habe das einfach, ne? Ja. Und ein anderes auch mit Schaffens 1. Da kannst du die verbinden über den Amboss oder was? Ja, kann man selber zwei machen. Und das wollte ich machen, bis du schaffst. Das ist doch bestimmt ein Bug, oder? Was? Nee, nee, nee. Das ist so gewollt. Dazu kann ich nur eins sagen. I'm about to go ham. Hardest motherfucker, let these niggas know who I am. Okay, ziemlich crank. Ich habe es ziemlich schnell verstanden, da wir das kompliziert war. Crank. Geht ihr wieder zurück? Oli hat es nicht richtig verstanden. Hä? Geht ihr? Oli hat es nicht richtig verstanden. Der Oli. Achso, du bist hier. Ich muss dir das schriftlich unterklären. Genauso wie Verzauberen so geht. Oh, nee. Die sind, boah, jetzt ist für der Rapper. Vorsicht. Oh nein, der Creeper. Er ist gerade getotet. Tyrell! Springt jetzt ungewisse. Ich gehe gleich Sand holen, dann kann man, wir sind hier ein Tee machen und dann... Tyrell, kannst du eine Treppe machen? 666 Hilfe, Hilfe. Ich weiß nicht, was ich sage. Oh Gott, ich sage doch. Stack dich hoch, stack dich hoch. Hier, zu mir. Gott, ich wünsche, ich könnte dir helfen, aber ich werde da niemals runtergesprungen. Aua. Erstmal war es mir so. Wie viele Eisen habt ihr? Hochstack, hochstack, hochstacken. Kommt zurück, zurück. Was passiert gerade mit dir? Hast du Huga? In der vielen Phase gestorben, oder später. Also jährisch gekämpft. Was, was, hä, was ist denn mit, bist du vergiftet oder was? Aber das geht nur bis eins, also muss ich warten. Kein Essen. Ja. Ey, Leute, wir gehen kein Risiko und wir sind im Vorteil, Mann. Was machen wir überhaupt noch? Scheiß, äh, Freestyle. Wir können dein Eisen nicht holen hier. Das ist zu riskant. Also zumindest nicht da unten. Zumindest nicht da unten. Also da sind wir alles voller Hexen. Neun. Ich habe fünf, also haben wir... Nicht genug. ...14. Ich habe einen halben Stern. Ich habe einen halben Stern. Reicht es nicht? Freestyle, wie viel brauchst du noch? Also habe ich... Wie viel brauchst du zirka? Ja, den stärkerer Schwer, egal. Ich versuche das trocken. Ja, komm, komm, komm. Es ist ja noch Zeit. Ich meine, vielleicht finde ich irgendwo noch einen anderen Eingang, beziehungsweise vielleicht buddeln wir uns einfach irgendwie runter. Schräg. Ne, ist egal. Oh, ich habe hier gerade jede Menge. Alter, du hast gerade hier Lava. Ich bin hier gerade nach oben. Ich gehe hier gerade nach oben. Bist du gerade über unsere eigene Falle gesteuert? Wahrscheinlich kommen wir jetzt nicht mehr zurück in die Base, weil alles voller Lava ist. Du mal vor, weil ich habe einen Stern. Ich will nicht riskieren. Dann bist du schuld, wenn du stirbst. Genau. Es läuft jetzt gerade live runter. Hier auf unserer Höhe. Das ist nämlich gerade das Problem. Folgt mir einfach. I'm about to go. Oh Gott, die armen Pferde. Alter. Ist das da noch ein Schaf drin? Ne. Sorry, Pferde. Ne, ist unnötig, ne? Wie geht das? Mit dem Name-Tag. Ich habe kein Schwarzpulver. Das ist unten gestorben und ich wollte aber nicht runter springen, das mir holen zu gehen. Weil da alles voller Hexen war. Ich habe Angst vor Hexen. Auf jeden Fall erstmal was essen. Ich glaube, hier erstmal in der Ecke stehen, bis ich aufgeladen bin. Aber am liebsten würde ich jetzt schon angreifen. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir jetzt noch hier noch 22 Minuten machen sollen. Müssen wir doch nochmal runter in die Höhle, glaube ich. Sonst stehen wir hier nur rum. Nein, das kann man nicht. Ich mache gerade alles rund 8 mit Wasser. Das ist auch schwerer zum Hochschwimmen. Das ist halt immer die Scheiß anhöhlen. Wenn man immer das Risiko eingeht, dass da irgendwo ein Spawner ist oder sowas, dann wird man einfach direkt... Wenn wir an der Base bleiben, oder sollen wir alle angreifen gleichzeitig? Ich würde sagen, wir gehen alle rein und greifen an. Weil die wir Pferde haben. Wir sind schneller dahin. Genau. Ja, kann ich nicht. Egal. Hat jemand... Vor allen Dingen, wenn die Pfeil und Bogen haben, dann können wir trotzdem gut ausweichen. Und hin und her ist besser als zu Fuß. Ich kann nichts hören wegen dem Scheißregen. Ja, stell mal Sound runter. Ich habe Sound komplett leise gestellt. Super Secret Settings. Broadcast. Oh nein, nein, nein. Das drückt das auf keinen Fall. Das ist so behindert. Gehe auf Musik und lauend. Ich habe ein Render aus. Render aus. I'm about to go ham. For the motherfuckers, let these niggas know where I am. Also, er mit jetzt, nimm die Uhr. Mit mir nicht. Ja, ich puttel mich mal schräg runter hier jetzt wieder. Nee, jetzt ist es egal. Nein. Ich will. Letztal kriege ich jetzt so hin. Was, wir haben noch über 20 Minuten. Was machen wir so lang? Räumchen drehen. Ich puttel mich hier jetzt schräg runter, ohne ein Risiko einzugehen. Und vielleicht treffe ich ja auf irgendwas. Das hat doch vorhin schon geklappt mit den fünf Diamanten. Warum soll es nicht wieder klappen? Weiß nicht, reicht. Halt hoch. Nein. Ich will mein Leben riskieren. Es ist reich. Mein Gott, ich sterbe gleich. Fuck. Nein. Creeper. Okay, das war's. Ich bin tot. Nerd. Nee, quatsch. Ich gehe kein Risiko ein. Wenn es bremslich wird, dann habe ich es natürlich ab. Also, es ist die viel Kohle, ey. Dann ist ja schön. Oh, es ist gerade dunkel. Ich mach mal hier zu. Drei TT. Drei TT. Drei TT. Drei TT. Drei TT. Drei TT. Vielen Dank.